Angesichts von John Wick 4 lohnt es sich, einen Blick auf die Entstehung der ersten drei Filme des Franchises zu werfen, um zu sehen, wie ein einziger Actionfilm ein ganzes Vermächtnis hervorgebracht hat. Keanu Reeves hat in vielen berühmten Filmen mitgewirkt. Seine wohl bekannteste Rolle ist aber zweifellos Neo in der Matrix-Reihe. Das vielschichtige Universum der Wachowskis setzte neue Maßstäbe für Actionfilme und gab der Popkultur eine ihrer kultigsten Theorien über alternative Realitäten. Als Neo, der mystische Eine, der dazu bestimmt ist, die Maschinen auszuschalten, die die Menschen als Geiseln halten, etablierte sich Reeves als echter Actionstar. Das machte ihn zur idealen Wahl für die Rolle des tödlichsten Killers der Welt, John Wick. Abgesehen von Keanu haben die John Wick- und die Matrix-Filmreihe eine Menge an Darstellern und Crewmitgliedern gemeinsam. Die beiden Regisseure des ersten Films, David Leitch und Chad Stahelski, waren Stuntmen in Matrix. Der zweite Film der Reihe, John Wick Kapitel 2, brachte Reeves wieder mit Laurence Fishburne zusammen, den viele als Neos Mentor Morpheus kennen. Eingefleischte Matrix-Fans haben vielleicht auch einen weiteren Cameo-Auftritt gesehen. Randall Duck Kim, der den Schlüsselmacher in Matrix Reloaded spielte, ist ein Arzt im ersten und dritten Wick-Film. Schließlich gibt es in John Wick Kapitel 3 einen Wortwechsel zwischen John und Winston, der Fans von Matrix bekannt vorkommen dürfte. Keanu Reeves hat viel kreativen Einfluss auf John Wick und arbeitete eng mit dem Drehbuchautor Derek Kolstad zusammen, um seine mysteriöse Figur mit Leben zu füllen. In Anbetracht von Reeves, bekanntermaßen großzügiger Natur, ist es keine Überraschung, dass er sich an ehemalige Crewmitglieder aus Matrix wandte, um einen großartigen Actionfilm zu kreieren, insbesondere an David Leitch und Chad Stahelski. Obwohl Reeves die beiden erfahrenen Kampfchoreografen und Stuntmänner zunächst fragte, ob sie lediglich die Action des Films entwerfen wollten, hoffte er, dass sie auch Regie führen würden. Und zum Glück für Reeves waren sie mehr als glücklich, diese Herausforderung anzunehmen. Da sie schon oft mit Keanu zusammengearbeitet hatten, waren Leitch und Stahelski sowohl mit seinem Können als auch mit seiner Arbeitsweise vertraut, sodass die Stunts und Kämpfen in Wick viel reibungsloser abliefen. Sowohl Leitch als auch Stahelski haben ihre Arbeit an Matrix als Inspiration für John Wick und als Wegweiser für ihre gesamte Laufbahn bezeichnet. Stahelski sagte gegenüber Vulture, Nach Matrix wurde ich von einem durchschnittlichen Stuntman zu einem der größten Choreografen in der Branche. Ich habe eine Firma gegründet, die sich speziell mit Martial-Arts-Choreografen beschäftigt. Und daraus sind dann die John Wick-Filme und alles andere entstanden. Matrix hat die Branche buchstäblich verändert. In den späten 80er und frühen 90er Jahren verließ Keanu Reeves seine Rolle in albernen Komödien wie Bill & Ted's verrückte Reise durch die Zeit und begann Action-Filme wie gefährliche Brandung und Speed zu drehen. Heute ist er selbst ein erfahrender Stuntman. Er hat im Laufe seiner Karriere unzählige Kampftechniken studiert und viele seiner Stunts selbst ausgeführt. John Wick ist da keine Ausnahme. Um sich auf John Wick vorzubereiten, bestanden Leitch und Stahelski darauf, dass Reeves keine seiner früheren Kampfsportkenntnisse einsetzt, sondern für den Film völlig neue Kampfmethoden erlernt. So verbrachte er Monate damit, mit Veteranen von SWAT-Teams und ehemaligen Navy Seals zu trainieren. Reeves übernahm einen Großteil der Stunts in John Wick und die meisten davon ohne Double in John Wick 2. Der dritte Wick enthielt sogar noch mehr todesmutige Aktionen von Reeves und bewies, dass er auch in zunehmendem Alter immer noch mehr als fähig ist, das Publikum mit seiner Stuntarbeit zu verblüffen und mit seinem vollem Einsatz in einer Rolle, die zu einem seiner Markenzeichen geworden ist. Die John Wick Franchise macht einige offensichtliche Anspielungen auf klassische Action- und Martial-Arts-Filme, lässt sich aber auch von der griechischen Mythologie inspirieren. Im Jahr 2022 sagte der Regisseur der Serie Chad Stahelski gegenüber Variety, Wissen Sie, wir haben John immer als Odysseus angesehen. Odysseus ist natürlich der griechische Held aus The Odyssey, der seine Heimat verließ, um im Trojanischen Krieg zu kämpfen und 20 Jahre lang nicht nach Hause zurückfand. Wie Odysseus ist auch John mehr als nur ein wenig vom Kurs abgekommen, und seine Abenteuer haben ihn in Kontakt mit einigen mythologischen Figuren mit denkwürdigen Persönlichkeiten gebracht. Charon, gespielt von Lance Reddick, arbeitet an der Rezeption des Kontinente, und er hat ein Händchen dafür, alles zu finden, was die Gäste brauchen könnten, seien es hochleistungsfähige Waffen oder ein diskreter Arzt. Charons Name stammt direkt aus der griechischen Mythologie. Der antike Charon ist der Fährmann des Flusses Stuyx, dem es bestimmt ist, den Seelen zu helfen, für alle Ewigkeit ins Jenseits zu gelangen. Die beiden Charons haben mehr gemeinsam, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Beide helfen den Menschen, durch die zwielichtige Schattenseite der Welt zu reißen, und beide nehmen Goldmünzen als Bezahlung für ihre Dienste an. Ähnlich wie sein mythologisches Gegenstück ist Charon in der John-Rick-Serie ein Mann mit wenigen Worten und vielen Geheimnissen. Wie kam er dazu, Teil von John-Ricks Welt der Auftragskiller zu werden? Mit etwas Glück wird dieses Thema in einem zukünftigen Film oder Spin-Off aufgegriffen. Das John-Rick-Franchise wäre nicht das, was es heute ist, wenn nicht ein riesiges Team von talentierten Leuten zusammenarbeiten würden. Doch die Geschichte selbst würde ohne Derek Colstead nicht existieren. Bevor John-Rick von 2014 seine Karriere für immer veränderte, hatte Colstead Jahre damit verbracht, sich in Hollywood durchzuschlagen und zu versuchen, als Drehbuchautor Erfolg zu haben. Zu seinen ersten Filmen gehörten Last Bullet und The Package, die ihn aber nicht auf seinen späteren Erfolg vorbereiteten. John-Rick begann als Drehbuch mit dem Titel Scorn, doch das endete sich ziemlich schnell, als Keanu Reeves die Hauptrolle übernahm. Er überzeugte Colstead davon, nicht nur den Titel des Films zu ändern, sondern auch den Namen der Hauptfigur. John-Rick ist unbestreitbar ein cooler Name, doch Reeves und Colstead haben sich ihn nicht zufällig ausgedacht. Nein, es ist der Name von Colsteads Großvater, der noch nie einen der Filme gesehen hat. Wie bringt man ein Publikum dazu, mit einem gnadenlosen Killer zu sympathisieren? Abgesehen davon, dass die Rolle mit einem der beliebtesten Schauspieler Hollywoods besetzt wurde, löste der erste John-Rick-Film das Problem, indem er seinem Hauptdarsteller einen liebenswerten Poster zur Seite stellte. Wie Fans von John-Rick wissen, hinterließ Johns Frau ihm nach ihrem Tod den Beagle Daisy. Sie hoffte, dass John das ruhige, friedliche Leben, das sie sich gemeinsam aufgebaut hatten, beibehalten könnte, wenn er etwas hätte, das er lieben und für das er sorgen könnte. John und Daisy haben eine unmittelbare Verbindung, doch hinter den Kulissen wurde einiges getan, damit sich diese Beziehung echt anfühlt. Reeves hatte sich Speckfett ins Gesicht geschmiert, damit der Welpe nicht widerstehen konnte, ihn anzuspringen und abzulecken. Was mit dem Welpen geschah, nachdem John-Rick abgedreht war, ist genauso süß. Er hieß Andy und lebte eine Zeit lang auf der Farm von Animal Acres International. Allerdings war er viel zu süß, um dort lange zu bleiben. Schließlich wurde Andy von einer Familie adoptiert und in Wick umbenannt, so dass er immer eine enge Verbindung zu dem Film haben wird, der ihn zum Star machte. Es gibt nur wenige Schauspieler, die sich ihrem Handwerk so verschrieben haben wie Keanu Reeves. Immerhin macht er die meisten seiner Stunts selbst, und das gilt nicht nur für seine Arbeit in der John-Wick-Franchise. Bei den Dreharbeiten zu Matrix Resurrections sprang Reeves fast zwei Dutzend Mal von einem Gebäude, um die perfekte Aufnahme für den Film zu bekommen. Reeves ist inzwischen weit über 50, doch das hat ihn nicht davon abgehalten, komplizierte Kampfsportmanöver zu lernen und sich durch langwierige Kampfsequenzen zu bewegen. Vor allem bei der Arbeit am Originalfilm John Wick ging Reeves weit über das hinaus, was von ihm verlangt wurde. In einer der kompliziertesten Szenen des Films kämpft sich John durch einen ganzen Nachtclub voller Bösewichte. Im Kommentar des Regisseurs zum Film verriet Stahelski, dass Reeves während der Dreharbeiten zu dieser Szene eine Grippe hatte. Anscheinend hatte Reeves in den zwei Tagen, in denen die gesamte Nachtclub-Sequenz gedreht wurde, 39 Grad Fieber. Obwohl die Leute ihn aufforderten, aufzuhören und eine Pause zu machen, weigerte sich Reeves und drängte sich von Szene zu Szene durch das, was die erfolgreichste Actionsequenz des Films werden sollte. Bei so vielen epischen Stunts und intensiven Kampfsequenzen können die Dreharbeiten zu einem rasanten Actionfilm durchaus gefährlich sein, aber was dem Schauspieler Michael Nyquist passierte, ist eine ganz andere Geschichte. Nyquist spielte Viggo Tarasov im Originalfilm John Wick. Er ist der Mann, der John aus der kriminellen Unterwelt entkommen ließ, und der enttäuschte Vater des Hundemörders Yosef, der gegen den titelgebenden Attentäter des Films verteidigt werden muss. Von seiner imposanten Erscheinung bis hin zu seinem Sinn für Morde ist Ligo durch und durch ein russischer Mafioso. Allerdings diente der Hut, den er in einigen Szenen trägt, wohl weniger dazu, seinen eigenen Stil zu zeigen, sondern vielmehr dazu, die Folgen seiner schrecklichen Verletzung am Set zu verbergen. Während der Dreharbeiten wurde Nyquist versehentlich so heftig gegen einen Fensterrahmen gestoßen, dass er fast sein Ohr verlor und in die Notaufnahme gebracht werden musste. Es brauchte 80 Stiche, doch ein plastischer Chirurg konnte Nyquist wieder zusammenflicken. Glücklicherweise ging es ihm gut, und der Hut, den seine Figur im Film trug, versteckte die Stiche, während seine Verletzung heilte. Leider verstarb Nyquist drei Jahre nach der Veröffentlichung von John Wick im Alter von 56 Jahren an Lohnkrebs. Michael Nyquist war nicht der einzige Schauspieler, der sich während der Dreharbeiten zu John Wick verletzte. Denn auch Halle Berry hatte während ihrer Zeit am Set mit starken Schmerzen zu kämpfen. Berry trat 2019 in John Wick Kapitel 3 Parabellum als Sophia Alice Roar in die Welt von John Wick ein, einer Profikillerin mit einem Gespann aus furchterregenden, trainierten Hunden. Wie Keanu Reeves ging auch Berry bei ihrem Training für den Film aufs Ganze. Sie durchlief eine Art Hitman-Bootcamp und lernte eine Vielzahl von Kampftechniken, Waffenfertigkeiten und Tipps zum Umgang mit Tieren, um Sophia zum Leben zu erwecken. Die Oscar-Preisträgerin lernte auch einige anspruchsvolle Choreografien für ihre Szenen, und während dieser Stunden des Trainings und der Kämpfe brach sich Berry drei ihrer Rippen. Ihre größte Sorge war jedoch, dass ihre Rolle neu besetzt werden könnte, wenn sie sich Zeit zum Heilen nehme. Zum Glück für alle Beteiligten konnte das RIG-Team warten, bis Berry wieder in Kampfform war, sodass sie zu einer der denkwürdigsten Nebendarstellerinnen der gesamten Serie wurde. Keanu Reeves ist schon seit langem ein Actionstar. Als Neo in Matrix lernte er 1999 zum ersten Mal Kung-Fu, doch fast ein Jahrzehnt zuvor sprang er als Undercover-FBI-Agent Johnny Utah in gefährliche Brandung aus einem Flugzeug. Natürlich weiß Keanu, wie man einen Schlag ausführt und einen Stunt macht, aber was noch wichtiger ist, er weiß, wie man trainiert und auf sich aufpasst, während er neue Bewegungen lernt. Es ist verständlich, dass Reeves seine Trainingsmethoden im Laufe der Jahre anpassen musste. Im Vorfeld der Dreharbeiten zu Matrix erlitt er eine Rückenverletzung und musste seine Wirbelsäule fixieren lassen. Er erholte sich noch während der Dreharbeiten, und in einigen Aufnahmen hinter den Kulissen kämpft er mit einer Halskrause. Heutzutage hat Reeves nicht mehr mit einer so schweren Verletzung zu kämpfen, denn er hat sein körperliches Trainingsprogramm nahezu perfektioniert. Er hat ein einfaches Geheimnis, wie er seinen Körper in Kampfform hält. Und zwar sagte er 2014 gegenüber Today, Du musst wirklich kalte Eisbäder nehmen. Jeden Abend. Keanu Reeves mag das Gesicht und der Name des John-Wick-Franchises sein, aber über die Jahre sind die Fans der einzigartigen Welt und Mythologie der Serie genauso zugetan wie der Hauptfigur. Für alle, die sich für die tieferen Abläufe im Attentäteruntergrund interessieren, gab es nie einen besseren Zeitpunkt, um ein John-Wick-Fan zu sein. Die Spin-Off-Fernsehserie The Continental wird als Prequel zum ersten Film fungieren und gleichzeitig die Welt von John-Wick in ein neues Format bringen. In New Yorks führendem Hotel für Auftragskiller ist genug los, um mehrere Staffeln Fernsehen zu produzieren, doch das Franchise plant auch eine Ausweitung seiner Präsenz auf der großen Leinwand. Der John-Wick-Spin-Off-Film-Ballerina ist noch ein Geheimnis, allerdings ist bekannt, dass er einen tieferen Einblick auf die mörderische Ballett-Truppe werfen wird, die in John-Wick Kapitel 3 eingeführt wurde. Hannah de Amas wird die Hauptrolle der Rooney Brown spielen, einer ausgebildeten Killerin, die Rache an den Leuten nehmen will, die ihre Familie getötet haben. John-Wick wird ebenfalls im Film auftauchen. Doch wie er in die Handlung eingreift oder wie dieser Film seine eigene Geschichte beeinflussen wird, bleibt ein Geheimnis. Wenn ihr euch jemals einen John-Wick-Film angesehen und euch gewünscht habt, selbst Teil der Action zu sein, seid ihr nicht allein. Jeder Film der Reihe hat die Merkmale eines großartigen Videospiels. Handlanger, ein Bosslevel, wilde Schießereien, doch leider hatten die Spieler bisher nur wenige Gelegenheiten, sich selbst als Killer zu versuchen. John-Wick-Hex ist das einzige Spiel, das bisher versucht hat, die Erfahrung zu bieten, in die Rolle von jedermanns Lieblingskiller zu schlüpfen. Hex wurde von Büffel Games entwickelt und ist ein taktisches Top-Down-Strategiespiel, bei dem der Spieler John durch eine Gruppe bewaffneter Wachen nach einer anderen führt. Da es sich um ein Strategiespiel handelt, bewegt sich Hex leider etwas langsamer als eine typische John-Wick-Action-Szene und schafft es letztendlich nicht ganz, Johns Erfahrungen in ein spielbares Format zu übertragen. Glücklicherweise besteht die Möglichkeit, dass die Fans endlich das John-Wick-Spiel bekommen, das sie verdient haben. Während einer Telefonkonferenz Ende 2022 deutete Lionsgate-CEO John Feldheimer an, dass das Unternehmen sehr daran interessiert ist, ein großes Triple-A-Spiel auf Basis der John-Wick-Franchise zu produzieren. Es gibt noch keine konkreten Pläne für ein Spiel, doch das Unternehmen ist offenbar bestrebt, einen Entwickler zu finden, der der Marke würdig ist. Wenn man bedenkt, wie viele weitere John-Wick-Spin-offs Lionsgate in Arbeit hat, ist klar, dass sie nicht vorhaben, in nächster Zeit mit dem Franchise kürzer zu treten.